Du musst auch drauf gehen! Wohin läufst du denn? Läufst einfach neben vorbei! Hau ihn weg, hau ihn weg, hau ihn weg! Mann, du bist immer nur vorne, du musst auch ein bisschen... ...helfen! Du passt mir auch nie! Ich versuch's ja! Du bist nie da! Du bist nie da! Du siehst das nicht, du passt mir einfach nicht! Du stehst da immer und läufst in den Gegner rein! Wie ganz oft schubst du auf mich, ne? Du weißt das, ne? Du siehst vielleicht nicht die richtigen Farben! Du hast schon wieder mich geschubst! Ich hab grad gar nicht geschubst! Hä? Ich rück grad nichts mehr! Ich glaub du siehst einfach die Gegner nicht! Du bist S7, das weißt du! Ja! Ah! Schönes Na... Oh, schade! Ja! Schönes Ding! Wichtig! Gezahlt! Mann! Ach, als ob! So ein billiger Ball! Das ist wieder so klar! Gut! Jetzt müssen wir das gut raus spielen! Ich steh frei! Jetzt! Ja! Zieh, 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 zieh! Nein! Normal! Du Loser! Drück doch richtig! Du hast mir mal richtig drin! Da motivier mich doch mal! Nein! Geh ran! Vielleicht können wir einen Nachschuss machen! Ich hol das Item! Ich hol das Item! Da ist drin! Nein! Ach man! Das geht gar nicht! Die machen so billige Tore! Die schießen einfach... Ach man! Ja! So billig! Bei dem Game könnte ich mir auch mal so ein Turnier vorstellen! Bin ich ehrlich! Übel! Ja, Mann! Bei immer so Zweierteams oder so! Da richtig Rage! Wie die Zweierteams sich gegenseitig auffressen! Ja! So wie wir beide! Das ist ja übeln heiß! Schönes Ding! Ja! Eins auf! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Aber hast du gesehen was ich für... Guck mal den Vollrückzeug, den ihr gemacht hat! Ja! Du willst doch Viech nur auf den Arsch gucken, ey! Guck mal! Guck mal! Oh oh! Ah! Wird abgeprallt! Ja! Darauf muss man halt auch... Guck mal wie der wieder alleine da steht! Ey! Das verstehe ich nicht, Mann! Die machen einen langen Ball! Ich war eine Sekunde geladen! Die machen einen langen Ball! Die machen einen langen Ball! Ich hau sie alle weg! Alle weg! Alle weggehauen! Hauen rein! Nein! Ey! Ich hab sie extra beide weggehauen, Mann! Bitte die dich beide angreifen wollen! Ich hau die beide weg! Bitte, der ist drin! Den Zweier brauchen wir! Wir waren mit zwei Dingern drüber! Ich hol das Item! Hauen rein! Oh nein! Als ob der den festhält! Das ist so scheiße, Mann! Schieß! Nein! Direkt wieder gedruckt! Ja! 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 Ah doch! Nein! Oh Mann! Der Zweite wieder daneben! Scheiße, ey! Oh! Das ist doch nicht so schwierig, Mann! Egal! Wir machen das gerade das zweite, dritte Mal überhaupt! Geh rein! Hier, Abstorber! Komm her! Als ob der nicht reingeht! Was?! Hey Mann! Schieß, schieß, schieß! Schieß, schieß, schieß! Auf dem Schwanz, ey! Hahaha! Alte! Dritte den Held! Mal! Das ist dochший schieß, Mann! Ohöööö Pfff! Hä? Hä?! nach wieder der nimmt den so auch die haben zwei items machen was alles das ist doch behindert man